Kinder sind echt was Besonderes und weißt du, was ich an Kindern so bewundere? Ich bewundere, dass sie einfach sie selbst sind. Und ich finde, wir können einiges von unseren Kindern lernen. Und was das ist, das erkläre ich euch hier in diesem Gedankenquick. Be Yourself. Endlich die eigene Mitte finden und weg von der ewigen Selbstsabotage. Mein Name ist Dennis Vorberg und ich freue mich, dass du mich auf meiner Reise zurück zum Glück begleiten willst. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen. Wir Erwachsenen denken manchmal sehr engstirnig. Und unsere Denkweise beherrscht unser Leben. Und das ist bei Kindern nicht so. Sie hindern sich nicht selbst daran, sich so zu zeigen, wie sie sind. Und genau deswegen erreichen sie Menschen. Jene Menschen, die unfreundlich oder unsympathisch sind und uns nicht den Respekt entgegenbringen, den wir von ihnen erwarten. Denn was tun wir Erwachsenen? Wir Erwachsenen verachten ein solches Verhalten. Wir nehmen es persönlich. Wir gehen sogar noch weiter. Wir zahlen es diesen Menschen heim und sagen uns, wie du mir, so ich dir. Warum soll ich freundlich sein, wenn der andere mir diesen Respekt nicht entgegenbringt? Warum soll ich den ersten Schritt machen? Wir urteilen über sie. Erfinden eine Geschichte um die Person, die ihr Verhalten erklärt und stellen sie auf das Abstellgleis durchgefallen. Und vielleicht fangen wir sogar an, über sie zu lästern. Wir lassen uns von einem einzigen Fehlverhalten unseres Gegenübers dazu verleiten, unsere Art an die Seine anzupassen, die wir selbst doch eigentlich zutiefst ablehnen. Kurz gesagt, wir lassen uns auf sein Niveau hinab. Und jetzt denkt mal an unsere Kinder. Was tun Kinder? Fakt ist, Kinder denken nicht so ich-bezogen. Natürlich merken sie auch, wenn jemand unfreundlich ist. Aber sie nehmen das Verhalten nicht persönlich. Sie stellen nur fest, was ist, ohne Vorurteile, ohne Verachtung, ohne, ja, das kindische Verhalten, wie du mir, so ich dir. Sie sind frei von den begrenzten Gedanken, die uns Erwachsene beherrschen und gehen ganz klar offen auf die Menschen zu. Und genau deswegen können Kinder im Herzen von verbitterten, unfreundlichen und unhöflichen Menschen Liebe pflanzen. Sie können eine Veränderung bewirken, weil sie den ersten Schritt machen, weil sie ein reines Herz haben, weil sie nicht denken oder urteilen, sondern sie fragen. Und genau deswegen bewundere ich Kinder. Sie besitzen eine Fähigkeit, die ich verlernt habe, die vielleicht auch du verlernt hast und die ich gerne von ihnen wieder erlernen möchte. Ja, Kinder motivieren mich, mich von meinem engstirnigen Denken zu distanzieren. Frei zu werden von Vorurteilen und Verachtungen und davon unfreundliches Verhalten gleich persönlich zu nehmen. Ich möchte ohne Scheu sein und jedem eine Chance geben. Ich möchte mich vor allem zeigen, wie ich bin, ganz gleich, wie ein anderer mir entgegentritt. Und ja, vielleicht denkst du jetzt gerade, dass das alles nicht so einfach ist. Aber wenn man genauer darüber nachdenkt, ist es doch eigentlich relativ einfach. Denn schau dir unsere Kinder an. Ihr Ego ist noch nicht so groß, als dass es ihnen im Weg steht. Und ja, vielleicht sollten wir es einfach mal versuchen. Und ich bin mir sicher, dass manche Menschen freundlicher werden. Denn jeder hat seine Geschichte, seinen Kummer, seine Sorgen, seine Enttäuschungen und auch seine Schuldgefühle, die dafür sorgen, dass der Mensch ist, so wie er ist. Lass uns gemeinsam das Eis brechen und geben wir diesen Menschen die Chance, wieder Liebe zu erfahren. Freundlichkeit. Helfen wir ihnen dabei, sich dem Leben zu öffnen, indem wir sie dazu einladen. Und das mit einer total simple Methode. Wir nehmen unsere Kinder als Vorbild. Und mit diesem schönen Gedanken beende ich diesen Gedankenquickie. Und wenn du heute oder auch in den nächsten Tagen noch ein paar Inspirationen, Motivationen oder auch Gedankenanstöße brauchst, dann lade ich dich herzlich ein, mich auf meinen Social Media Kanälen zu besuchen. Auf Instagram findest du geschriebene Wörter, auf TikTok findest du gesprochene Wörter. Für jedem ist da etwas bei. Schau einfach mal vorbei. Alle Links zu meinen Social Media Kanälen findest du unten in den Shownotes. Und wenn du meinen Podcast magst und mich ein wenig unterstützen möchtest, kannst du mir gerne einen virtuellen Kaffee bei BuyMeACoffee ausgeben. Auch diesen Link findest du unten in den Shownotes. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen. Vielen lieben Dank, dass du auch diese Folge wieder bis zum Ende zugehört hast. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Dein Benz Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag.